Und damit herzlich willkommen zurück zu ähm, ähm, Train 2. Hallo. Was ist denn die Cora? Ah. Cora, wir müssen los. Ich warte da und warte, bis du da alle begrüßt hast, bevor ich hier ins Spiel komme. Ich hab kurz begrüßt heute. Ja, ich hab am Anfang noch gewartet. Ich war noch nicht so weit. Achso, achso. Weißt du, Frauen sind ja ein bisschen langsamer immer bei allen. Das hast du gesagt. Ja, ich darf das auch sagen. Hey, da hast du einen Eintopf. Ich bin drauf, ich bin drauf. Liebe Blasen. Da oben ist Erfahrung. Quick Spaß. Moment. Quick Spaß. Mach mir meine Blasen nicht kaputt. Nein! Ich kann dich zaubern, dich Idiot. Da. So, kommen wir aber nicht da oben hin. Kannst du mir eine Brücke oder so machen? Hab ich nichts in die Luft. Ähm. Eine Planke oder irgendwas. Dankeschön. Und vala. Aber nicht runterfallen. Danke. Kannst du sagen, nee, das ist hier. Ja, der Totenkopf da, der war so... Ja, genau. Ich dachte, ich kann einen abschließen. Der hat mich irgendwie auch getriggert. Aber... Wer, wer, wer triggert uns? Nee, nee, der war nicht. Achso, das da. Ich dachte, ich kann einen runter schießen, aber kann ich nicht. Ich hab schon gedacht. Da, 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 da. Ja, da, da, da. Können wir da durchspringen? Ach, dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Soja, kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Hm. Okay. Aus der anderen Richtung, warte mal. Bewege das... Aha! Ja, jetzt kommt doch Feuer raus. Das Portal bewegt sich. Ich weiß nicht, warum ich das kann. Äh, wir müssen irgendwas kaputt machen damit, oder? Ich glaube... Ah, ich kann das... Ah! Äh, warte mal. Geh mal schnell aus dem Weg. Ja, genau. Vielleicht das... Ja. Du willst ja aufmachen. Das sieht eigentlich gut aus. Warte mal. Kann ich das nicht irgendwie... Oder andersrum? Ich kann... Äh. Ach so, der passt nicht durch. Moment. Lass den mal so. Warte. Und jetzt ist offen. Oh, oh, du stirbst. Nö. Nicht? Alles gut. Da oben ist übrigens noch Erfahrung. Was? Hoch. Ach, das war das Falsche. Ach, da ist nicht... Ich sterbe den Himmel nicht gesehen. Ach so. Einer muss hoch. Okay, beide müssen hoch. Alles klar. Hi. Äh, weiß ich nicht. Äh. Fuck! Iiii! Boah, das ist ja unnötig, oder? Das... Oh, ist das warm hier. Geil! Oh, warte mal. Kann man das nicht bewegen? Nö. Man sagt doch, Hexen würden Babys fressen. Was? Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Wange. Ich werde dich beschützen, Amadeus. Amadeus. Hm. Komm, ich hätte zu viel. Ich glaube, hier hinten wird irgendwas. Ich glaube auch. Nee, mit den Blasen. Aua. Aua. Ah, da oben ist... Oh, da oben ist wieder so ein Rätsel. Okay. Komm mal, irgendwie hier hoch. Ah, Moment, wir brauchen Feuer. Äh, ja. Ich könnte dich hochschieben. Nee, lass nicht. Ich bin gar nicht so unterwegs. Also hier bei mir ist auch eine Fahrradung noch irgendwie, gell? Kannst du die Blasen vielleicht mal nicht kaputt machen? Die kann ich nicht kaputt machen. Auch so. Äh, ja. Da oben ist auch eine Fahrradung, gell? Warte mal, Nico. Pardon? Wow. Äh, nicht drauf springen. Ich kann es uns nicht bewegen. Warte mal. Das ist mit dem... Steuern ist nicht... Das ist immer so einfach. Eine Kiste. Oha. Ähm. Kann ich nichts für? Aber ich glaube, so könnten wir es hinbekommen. Warte mal, den muss ich mal... Opsi. Eins. Kannst du mich mal wiederholen? Äh, ja. Ja. Zwei. Nee, das... Das geht unten immer kaputt, wenn du zwei draufstellst. Komischerweise. Ja. Irgendwie... Irgendwie... Urgendwie. Warte mal. Huch. Hast du es gerade kaputt gemacht? Was? Nein. Schämst du dich, meinst du? Ich würde da gerne hoch. Danke. Ja. Ach, dann sind wir jetzt mal da hoch. Tschüssi. Okay, ich bräuchte dich eigentlich hier. Mit dem Shelly. Ich komme geschwind. Oh Gott. Aber wie gucken wir da rüber? Also ich habe... Wir müssen doch Blasen kommen. Ah, jetzt sehe ich das. Ich habe hier was gefunden. Oh, toll. Okay. Ich glaube, wir müssen unten das Feuer anmachen, damit die Blasen bei den anderen kommen. Ähm. Genau. Ja, ja, ja. Ich probiere mal, hier drüber zu gehen, ohne zu schlafen. Hier ist eine Falltür. Kannst du Alex vielleicht aufheben? Na, schau. Äh, ich habe hier so ein Rätsel. Okay. Warte mal. Okay. Ich gucke, ob ich dir helfen kann. Ähm. Ich bin runtergefahren. Nico, wo ist denn das, was du meintest? Hier ist eine Falltür, ob du die hochzaubern kannst quasi. Ah ja, klar. Jibbe! Stimmt, hier ist eine Falltür. Wie gut. Ich komme hier nicht weg, leider. Warte. Ähm. Nee, ich komme hier leider nicht mehr weg, glaube ich. Warte. Nico, geh mal weg da, bitte. Wir brauchen oben nämlich so ein Rohr. Ah. Äh, ich gehe mal sterben. Könnt ihr mich wiederholen? Das hier muss nach oben. Also der Feuerstrahl muss nach oben geleitet werden. Ah, nee, dann müssen wir das anders ummachen. Kannst du die Cora gerade holen? Ja. Ich war hinter dieser Falltür eingeschlossen und ich musste mich gerade umbringen. Ich bin nicht rausgekommen, leider. Okay, okay, okay. Danke. Jau. Okay. Damit oben die Blubbeblasen entstehen und wir dann da hoch können. Ah, ja. Na komm, geh durch da. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Hast du hier alles gemacht? Ja. Okay, oh, das ist, das ist durcheinander wie immer. Komma. Die nächste ist meine. Ja, ich wollte dir gerade ein bisschen hochwelfen. So, und jetzt? Das war nicht gut. Geht. Okay. Oh, nee. Was? Wartet mal. Ah, nee, das geht nicht weiter runter. Okay. Kannst du das oben, ganz oben hinstellen und kann man sich durchfallen lassen. Genau, das da, und das, ja, so ungefähr, und das links ganz hoch. Ah. Sehst du das links? Warte mal. Das links muss jemand anderes steuern. Genau, das gibt nur eine Person. Das heißt, wenn man hier durchfällt. Ja. Und jetzt müssen wir es genau umdrehen. Ja. Ist da wieder eine kleine Katze unterwegs? Ja. So, tiefer komme ich nicht. Ja, wir müssen mal gucken. Lü, geht nicht. Du musst von der anderen Seite reinspringen, glaube ich. Ja, man muss von unten reinspringen. So, genau, auf der Blase. Ähm. Nein, das geht nämlich nicht. Ich falle nämlich automatisch runter. Also, ich falle automatisch wieder rein in das Loch. Vielleicht so, ja, vielleicht so. Ja, stell dich mal auf die Blase und geh durch das Ding mit durch. Ja, 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 das mach ich gerade. Nein, das geht nicht so einfach. Okay, warte, ich, ich tu dich heute hoch. Ne, 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 tu es runter. Die Blase kommt durch. Genau, dann kannst du auf die Blase springen, ja. Boah, bist du laut, Kofi. Oh, fuck. Okay, warte, ich tu es weiter runter. Okay, jetzt aber. Ja. Okay. Weiter oben kommt nichts mehr. Okay. Dann können wir weiter, oder? Können wir weiter. Ah. Nice. Ich hab hier schon mal eine Sache. Okay. Oh, ja. Ich dachte, du gehst gleich. Miau. Zacki. Ah, nee. Andersrum. Neun. Ah. Kann einer sich mal aufstehen? Ich... Ich bin mit Dacke-Mario. Nein. Aber du lebst noch, ne? Ähm, okay. Oh, sorry. Ich habe gehofft... Ich habe gehofft, dass wir hier... Okay, wir machen es anders. Äh, Cory? Ja. Oh, danke. Äh, stellt... Stell dich drauf, komm. Äh, oh. Schau dabei. Weil ich kann mich rüber zaubern. Alles gut. Unten kommst du nicht durch. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich dachte, ich würde das mal. So, pass. Der ganz oben ist noch was. Ah, Nico, ich bräuchte dein Schild. Ne, Cora, du kannst dich festhalten. Oh! Ja, hier kann ich ein Schild wissen. Ah, danke. Ganz hoch. Ich habe für dich eine Planke unten gemacht. Du kannst runterspringen, also du tust dir nicht weg. Super, danke. Super, danke. Was ist das denn wieder für den Spaß? Moment. Ah, ich habe den liegen. Ich gehe mal runter und gucke. Okay, also wir haben hier eine Luftdurchzug. Zoch. Zoch. Wie weit kommt ihr damit runter? Ah! Ja, 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 ja. Habt ihr wieder eine Zucht dabei? Oh, fuck. Ich dachte, ich kann nicht damit rüber gleiten oder da hoch und so. Ja, das müsste gehen eigentlich, wenn du mich rüber... Ich kann nicht höher. Aber nach rechts kannst du. Ja. Ich sage, ich falle ruhig. Ich dachte nur, weil da oben links Erfahrung ist, deswegen. Ja, ja, ich überlege gerade, wie wir an die Erfahrung kommen. Warte mal. Ich glaube, das müsste mit Kisten. Okay, äh, es könnte klappen. Warte mal. Das meinte ich, die wir dann hier so. Okay. Ja. Aber wir müssen die anderen noch holen. Das sind noch ziemlich viele. Äh, jemand muss... Soll die eine haben wir? Ist ich steuer. Ja, ich fall durch. Ich fall durch. Das ist all I say, say. Okay, cool. Dann schauen wir mal, ob ich mich darüber bekomme. Okay, gut. Ich muss mehr mit... Boah. Das wäre jetzt gerade ein bisschen lustig. Aber ich ata. So, Frankfurt. Andere für mich. Das ist... Wenn ich in der Mitte lasse, so... Kommst we Basically, wir anschauen und dann auf die andere Seite... Wir könnten surfen. Wenn der Nico näher rankommt, könnten wir surfen. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay. Oh, nee. Ich glaube, das ist noch komplizierter. Deswegen dachte ich mir nicht so lass vielleicht und dann machst du... Nein, du machst du nicht. Lass ihn mal so, ja? Da kommt man nicht hoch. Hallo? Verdammt. Ich glaube, es geht noch einer rein. Okay, doch nicht. Kann man das Ding noch näher heranschieben? Kann man noch irgendwas anderes machen? Warte mal. Warum hast du es denn jetzt? Ähm. Warum hast du es denn jetzt? Kannst du einfach durchziehen? Durchschrauben. Guck mal. Okay. Ne, so einfach ist das nicht. Doch. Und jetzt zack rüber. Geht doch. Ne. So einfach. Jetzt kommst du da rüber und dann hui. Ja. Du musst gucken, immer wenn du rechts raus kommst, genau. Einmal durchspringen. Dann gleich rüber zu uns. Ja. So jetzt. Ja, genau. Da oben ist ja noch eine Erfahrung, aber nein. Okay. Ja, gut. Und Abfahrt. Och, nö. Gegner. Da oben ist einer. Ich hab einen Knäschler. Ah, Nico. Hau drauf. Einer hockt da oben im Knascht. Okay. Äh, was machen wir mit dem hier, der unter mir ist? Ich... Unter dir? Ja, ich hab einen im Knast gelassen. Oh. So. Ja, immer schön weg machen. Die geben Erfahrung, glaub ich. Ich kann mir nicht... Ah, ne. Der ist gar nicht mehr da. Den hab ich weggeschossen. Ach so. Äh. Eiskal weggeschossen. Sonst gibt's hier nix, oder? Nee. Einfach mal so, ey. Ja, mit Fallen kannst du dir auch einen Kasten treffen, um den Kasten kaputt zu machen. Moment. Hoppawa. Okay, ist weg. Warte, wir kommen da hoch. Ah. Ja. Ja, ich steh einfach drauf. Ah, ich muss den abschießen. Oder du machst das. Oder so. Äh, hier ist noch... Oh. Kann ich das anhalten? Nein. Da oben geht's aber noch weiter. Okay, ich komm... Oh ja. Ich komm da halt nicht hoch. Oh, da kommen wir schon. Nein. Sorry. Vorsicht, Nico. Nicht zu nah dran. Okay. Hier sind ganz viele Kästen, warte ich. Nico? Nico? Ah. Okay. Level up für alle. Okay. Oh, Moment. Moment. Es gibt hier Kästen, die runterputzen. Ja, unbegrenzt viele. Da können wir mal welche raus. Was? Was? Äh. Wie du, die Bridge-Building. Nico, ganz viele Kästen für dich. Ich habe gerade meinen Hammer geupgradet. Aha. Kannst du hier noch einen drauflegen? Boah. Also... Nee. So. Geht das? Das sollte. Perfekt. Das geht. Das geht. Oh. Okay. Das Schild schützt mich gar nicht vor dem Feuer. Das ist kacke. Ich geh rum. Äh. Achso. Nico hat die... Oh. Oh. Wieder eine... Okay. Boah. Wo bist denn du? Na. Oben. Können wir... Wir sind schon weiter vorne. Anscheinend. Ja. Ich habe gerade noch Punkte verteilt. Ich komme... Achso. Das könnte ich auch mal machen. Aha. Wir haben zwei Punkte. Um... Explosiver Fall. Ich kann drei Objekte zaubern. Okay. Au. Okay. Was jetzt warst du? Ich dachte, wo Nico steht, ist sicher. Holst du uns alles. Danke. Was habt ihr jetzt kaum wieder gemacht? Ja, das Rätsel unten habe ich schon gelöst, dass die Glase kommen. Ah. Okay. Es ist ziemlich heiß hier unten. Nimm du die nächste. Hallo. Dann hier dritt durch. Nee. Was kann meinen haben wir jetzt? Oh. Okay. Ich fliege. Wibi. Äh. Nein. Wehe du triffst meine Sachen her. Hör mal. Wow. Okay. Das ist stark uncool. Wir sind tot. Niko. Ja. Kannst du uns mal hoch? Äh. Ich wüsste grad nicht wie. Du musst sprinten. Wie sprint ich? Durchlaufen. Nichts mehr. Nee. Ich versuch grad was. Hm. Du bist ein Fuchs. Wah, wah, wah. Ja, jetzt musst du nochmal. Warte, warte. Du musst durch, oder? Einmal musst du durch, ja. Nee, muss, muss nicht. Ich glaube, er kann den Schalter in der Mitte nehmen. Gute Idee. Schnell, wah. Ja. Das war zu lang. Ne, digiiiiiii. Du bist nicht tot. Sehr gut. So. Sehr gut. Ganz alleine. Du warst da hinten was er kostet. Ja, hab ich hier sehr. Sehr gut. Ja, gut. Das ging. Puh. Oh nein. Ähm. Ja. Für, ihr könnt ja alle gerne drauf vorbeilaufen. aber... Das hab ich gar nicht gesehen, du. Ich hab's auch gar nicht gesehen. Hier ist mein Schild, bitteschön. Danke. Ähm, danke! Oh, das ist nicht immer so ne geile Idee hier. Der war gefangen. Nico, wir brauchen dich auf der Insel. Ja, ich bin schon. Oh. Oh, sehr schön, Kobi. So. Okay. Okay. Einmal aufladen. Ähm... Hab ich auch kurz schon gemacht. So. Ist nicht ernst. Tschüss. Tschüss. Hier geht's... Oh mein Gott! Hier geht's noch irgendwo runter. Okay. Da ist nämlich Erfahrung, siehst du das? Oder kann das nur die Cora unter hinlegen? Das muss die Cora holen. Ich kann mal... Okay. Ich glaub, hier oben geht's weiter. Ja, da oben geht's... Oben geht's weiter. Eben. Wohin? Da, da unten. Ähm... Nee. Tschüss! Ich glaub, wir müssen wenn dann von links... runter. Von hier runter, ja. Warte mal, Nico. Ich bin viel zu cool dafür. Irgendwie, warte. Nein! Kann mich noch mal jemand holen? Nein, nein, nein. Ich bin unten. Alles gut. Mach deine Planke da weg. Danke. Und... Planke, danke, Planke! Yütütütütütü... Jawohl. Okay? Und wie komme ich jetzt hoch? Ja, du Clapping! Du kannst dich weiter schaukeln lassen. Oh. Hoppala. Oh! Oh, Nico, ich bin tot! Oh, schön. Okay. Nein! Ich bin auch coordinates. Danke! Dann müssen wir mal hoch. Ehm... Wir brauchen ein Viereckchen. Ein Fjellk. Ja, ein Fjellk reicht. Hui. Das sieht eklig aus. Oh, was ist denn das hier? Oh, ein Fjellk. Ah, ein Fjellk. Oh, Mist. Da oben ist was. Hui. Ich liebe so Jump Hits. Hui. Oh, pff. Jubidu. Nein. Nein, 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 nein. Entschuldigen Sie. Okay. Dann hol die Lüste. Hast du noch ein True Life? Ja. Du hast ein Sammlergedicht gefunden. Meine Schwester besonders. Ist nett und so fein. Morgen wird gefeiert. Auch ich werde neun. Oh, er wird auch endlich neun. Ist schon irgendwie komisch, oder? Die Dinger. Auch ich werde neun. Der klingt da sogar egal. Ist ein anderes Thema. Was kommt jetzt? Ähm. Hui. Hui. Danke. Bitte schön. Das Retzel. Ah, Cora, weißt du, was wir jetzt gemacht haben. Hupsi. Oh, oh. Nico, ganz oben ist einer. Warte mal. Ich hole den Kumpel runter. Hier, guck mal da unten. Hier. Habe ich. Das ist so ein Bein. Ah, fuck. Moment. Nein, nein, nein. Okay, das geht so nicht. Nico. Ich lasse dich machen. Viel Spaß. Na. Tschüss. Denn jetzt hat's den auch halbeste. Okay, Nico als allererstes. Habe ich verstanden. Ne, ich habe gerade das Timing einfach so genutzt. Okay. Du? Okay. Ich bin zu spät. Upsi. Ich sollte springen. Okay, das ist ja gemein. Da fällt mein Stacheln rein. Okay. Oh, da oben geht's noch weiter. Cora, du kannst dich oben festhalten, ne? Oder? Ja, ich bin drunter. Ciao. Ähm. Ah, ja. Da hätt ich. Hätt's auch warten können, Nico. Ich weiß gar nicht. Ich muss zurück, oder? Wenn wir die erfahren wollen. Oder lassen wir die gerade? Alex, das liegt richtig bescheiden. Lassen wir. Es springt aber, süß. Äh, lass uns die Erfahrung holen. Es springt aber, süß. Wenn schon, denn schon. Ich hole mal kurz Nico. Hallo. Hi. Ampa. Nein. Ähm. Ähm, ich brauch hier noch so'n... Oder? Nee, doch nicht. Oh Gott, jetzt haben die eine ganz andere... Eigentlich müsste man so hochkommen. Ja. Der hätte, hätte nicht den Bett gehabt. So. So. Kommst du hoch, Kuro? Also, hast du die Erfahrung geholt? Ja, ja. Hab ich. Ah, sehr gut. Warum sind die jetzt ganz anders? Wer? Weißen sie gar nicht. Egal. Ach so, ja, die, die sind, die laufen ganz anders. Was ist denn da unten? Ich mach schon mal ne Sicherung unten. Siehst du da runter? Siehst du das? Ja, ja. Ach so, ja. Ah, ich kann nur eine Planke machen, wirst du hier, oder was? Planke. Aua. Glück gehabt. Danke für die Planke. Ja, nur, wie kommen wir jetzt da rüber? Buiiii. Buiiii. Na, der Nico hat auch erstes. Kannst du da nicht irgendwas machen, oder? Es geht. Ich bin zu spät. Ich bin zu spät. Du musst quasi während... Oh, ich bin tot. Cora ist auch tot. Ja. Okay. Nico, viel Spaß beim Sterben. Ja, lange. Nein, Nico schafft das für uns. Du könntest eigentlich auch zurückgehen und uns holen, weil meine Planken unten sind nochmal da. Nur nicht sterben. Mein armes Herz. Den ganzen langen Weg nochmal zurück. Oh, ja, das geht schon. Sicher, äh, sicher, sicher. Und los. Ich bin drüben. Ich platziere wieder zwei Planken. Wir haben drei Planken unten. Okay. Okay. Okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt. Au. Ah, du hast es geschafft. Ja, ich bin drüben. Jetzt. Ich habe mega Schaden noch bekommen. Alles klar. Ihr könnt mich mal alle. Ich bin tot. Ich leck mich am Arsch. Cora, komm, versuchen wir es. Au. Verdammt. Okay, es ist geschafft. Ja, ich bin einfach nicht dran. Aber echt kurz vor knapp hier. Hör mal. Hallo. Weißt du? Oh, Moment. Okay, da oben ist ein Portal. Und das andere ist rot. Das ist das da. Hm. Ähm. Ja, genau. Warte, dann kann ich hier, ja. Was? Dann können die wachsen. Genau, wenn du das Feuer abhältst, dann können die Blasen gewachsen und hochsteigen. Ah, jetzt ist's. Warte, so, jetzt. Ich bin drauf. Okay. Das klappt, Nico. Hm. Du musst dein nächster. Tschüss. Tschüss. Ähm. Wui. Lässt du mir mindestens deinen Hammer da? Ich liebe diesen Hammer. 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 Hammer geil. Da drüben sind halt auch Sachen. Ja. Das ist richtig. Hier sind überall noch Sachen. Auch unten beim Feuer eigentlich noch. Okay. Okay, ich bin mal runter. Soweit kann ich nicht. Kannst du dich da oben hängen? Ich kann. Ich versuche mich jetzt gerade auf der Blase nach links zu reiten. Okay. Ich hab hier was. Oh, Nico. Okay. Nein. Alles gut. Entschuldigung. Und der kann mein Kasten von oben. Ähm. Geh mal runter. Geht es dann wieder hoch? Okay. Warte. Aha. Immer wieder springen. Okay. Alles gut bei dir, Cora? Ich versuche nur Erfahrungen zu sammeln. Okay. Soll ich dich rüberschieben? Nee, das schaffst du ja selbst. Ich glaube. Das sieht doch gut aus. Aber ich glaube, die zerplatzen halt zu früh, glaube ich. Nein. Spring! Nee, ich... Da will ich ja nicht hin, weil ich kann mich nicht festhalten. Ich muss ganz hoch. Bis da oben hin. Ja. Ja, dann komm nochmal hoch. Das dauert. Okay, so die Erfahrung, die da oben war, die hab ich. Ja. Stell lieber einen Kasten kurz davor, dass ich drauf springen kann. Nicht stoßen. Das macht die nur kaputt. Nee, dann... Das macht die nur kaputt. Okay, dann fass ich gar nichts mehr an. Viel Spaß. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn du meinen Kasten baust. Für wohin? Für oben links. Oder nicht? Oder sollen sie die Erfahrung einfach lassen? Von mir aus auch. Nee, nee. Aber wo soll ich den Kasten bauen? Verstehst du? Alex macht gerade einen Abgang. Hä? Du hast gerade gehörig. Du hast mich durch den Tunnel gefahren. Ich fahr immer durch den Tunnel. Nee, ach komm. Da oben ist ein vollgroße Ding. Achso, ja. Da musst du mich irgendwo links dann nehmen. Vielleicht springst du von oben drauf. Wenn du oben stehst. Weiß ich nicht. Ich muss die nach links schieben, die Blase. Äh, Nico, schiebst du mich mal ganz kurz hoch? Äh, hochschieben? Ja, genau. Vorsicht. Hilfe, Naht. Ich glaube, du bist wieder unten. Ja, ich habe auch gerade erfahren gesammelt. Achso. Cora, du kannst von hier, von hier, wo ich stehe, da kannst du auch auf einer Blase. Weil die Blase ist viel langsamer, wenn du draufstehst und du kommst nicht so hoch. Das stimmt. Deswegen. Upsi. Tschüss. 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 Alles klar. Der Nico, Alter, was macht der denn da? Ich warte, ich mache gerade unten die Tür auf. Wenn ihr fertig seid. Ich stehe schon bereit. Ich stehe schon bereit. Ich bin hier oben. Ich habe es geschafft, nach links hoch. Okay. Kannst du mir irgendwie einen Kasten oder eine Planke unter die Blase, also unter die Erfahrung in der Mitte bauen, damit ich kurz abspringen kann? Ich kann das ja nicht sehen, ne? Nee, unter irgendwas in die Mitte. Ich sage dir, ob es gut steht. Da bist du. Abfahrt, schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, die. Die. Hopp. Ja, das hätte nicht geklappt. Das war zu kurz. So. Hätte geklappt. Juuu. Und noch da. Ja, genau. Spring, 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 spring. Springen, mehr springen. Nö. Au. Okay, jetzt hier hoch. Wissst du was? Na komm. So. Wär doch gel... Okay. Hau mal. Jetzt musst du schicken. Achso, ich habe noch einen. Ich wollte noch B. Ja. Ich habe noch B gedrückt. Okay. Ähm, jetzt kann ich. Ja. Die Folge geht schon 35 Minuten. So. Oh, das ist jetzt die letzte. Nö. Doch. Doch, ja. Ähm, okay. Alles klar. Okay. Okay. Wer auch immer in dem Haus lebte, werden. Einen Drachen. Und damit sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Tschüüü. Tschüüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017